Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es am Titel lesen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch und eine sehr, sehr wichtige Mitteilung. Ihr könnt es sehen, ich habe mich mit Purish zusammengetan, um die perfekte Mystery Box zu erstellen. Und ich werde euch in diesem Video die Produkte zeigen. Wir werden damit gemeinsam einen wunderschönen Look schminken. Viel wichtiger ist mir persönlich aber die Message dahinter. Deswegen habe ich mir gedacht, setzen wir uns hier gemeinsam hin. Wir schminken einen schönen Look. Ich erzähle euch so ein bisschen, warum ich mich entschieden habe, dieses Projekt mit Purish umzusetzen und warum es mir persönlich so sehr am Herzen liegt. Bevor es losgeht, der Link ist unten in der Infobox. Ihr könnt dort direkt die Mystery Box shoppen. Der Wert der Mystery Box liegt bei über 160 Euro und die Affiliate Codes von meinen Kolleginnen und Kollegen gelten darauf auch. Also falls ihr wisst, dass jemand einen Code hat, nutzt ihn gerne. Ich persönlich habe keinen, aber meine Kolleginnen haben alle einen. Ihr wisst es, ich arbeite schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Purish zusammen. Und wir sind mittlerweile wie so eine kleine Familie geworden. Und als wir darüber gesprochen haben, was wir vielleicht gemeinsam umsetzen können, habe ich gesagt, lasst uns eine Mystery Box machen, aber lasst uns daraus was Schönes machen. Ich habe daraufhin alle Produkte selber dort bei denen ausgesucht. Die werdet ihr auch finden. Wir haben keine Skincare mit drin, wir haben keine Nahrungsergänzungsmittel mit drin und wir haben keine Problematic Brands mit drin. Das war das Feedback, was ich von euch in den letzten Videos immer gehört habe. Darauf habe ich geachtet. Aber wir haben eine Pride Edition gemacht. Ihr wisst es, der Pride Month ist jetzt und das Thema LGBTQAI ist immer rund ums Jahr wichtig. Aber gerade jetzt bekommt das natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das vernünftig. Mit Produkten von Brands, die selber LGBTQ Creator sind, die gut sind oder Brands, die diese rund ums Jahr auch unterstützen. Das macht nicht nur Purish, sondern das machen alle Brands, die hier in der Box sind, drumherum. Und es werden 5 Euro an einen Verband gespendet. Und darüber muss ich ganz kurz mit euch reden, weil mir das der wichtigste Teil dieser Message ist. Ich bin vor einigen Wochen auf ein Thema gestoßen, was mir persönlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Kleine Trägerwarnung an euch. Falls ihr euch leicht getriggert fühlt, spult gerne ein paar Minuten vor. Dann geht es weiter mit dem Make-up. Aber mir ist es wichtig, dass ich das klar und deutlich einmal erwähne. Weil mir das so den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und ich hatte einen Call mit all meinen Kolleginnen und Kollegen auch letzte Woche Freitag und habe denen das erzählt. Und die Gesichter, einige haben angefangen zu weinen, weil das so dramatisch ist. Ihr wisst, ich als schwuler Mann persönlich habe nie wirklich Probleme mit meiner Sexualität gehabt in meinem Umfeld. Gott sei Dank. Aber das ist leider nicht die Norm. Und mir ist es persönlich wichtig, dass ich den Leuten den Respekt zeige, die sich vor 40, 50, 60 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren dafür eingesetzt haben, dass ich das machen kann, wie ich möchte. Dass ich so offen schwul leben kann, wie ich möchte. Ich mit meinem Mann ein Haus kaufen kann, wir Kinder kriegen können und wir ein normales Leben führen können. Das konnten aber nicht alle. Und es gab vor vielen Jahren ein Gesetz, das Transsexuellengesetz, was vorgeschrieben hat, dass Personen, die eine Personenstandsänderung vornehmen mussten, Achtung, Trägerbahnung, sich Zwangssterilisieren lassen mussten und für immer die Fortpflanzung unmöglich machen können. Und das Ganze galt noch bis 2011. Das ist nicht lange her und das ist furchtbar dramatisch für die betroffenen Personen, die sich Zwangssterilisieren lassen mussten. Und dafür gibt es einen Verband, den Bundesverband Trans, der sich für eine Reparationszahlung einsetzt und der sich für viele, viele weitere Themen für Transpersonen einsetzt. Nicht nur das Thema Zwangssterilisierung, sondern auch für queere, geflüchtete Menschen. Wir kriegen im Moment viele, viele Leute zu uns, die ganz, ganz wichtig Schutz brauchen. Und vor allen Dingen aus Ländern kommen, die dort wegen ihrer Sexualität verfolgt und teilweise auch getötet werden. Und der Bundesverband Trans setzt sich dafür ein. In der Box ist auch ein Flyer mit drin. Ich habe mich entschieden, dass meine Gage der Box komplett an den BVT geht, genauso wie 5 Euro von jeder Box werden an den Bundesverband Trans gespendet. Ich habe auch gehört, dass Cati, glaube ich, 50 Prozent ihrer Einnahmen über die Affiliate Codes an den Verband spenden möchte. Es ist wichtig, dass man den Leuten die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient haben. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es dieser Verband ist, denn er ist recht klein, er sitzt hier in Berlin. Ich werde auch in den nächsten Tagen nochmal persönlich dort sein, um mich weiter über dieses Thema zu bilden. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in so einer heilen Welt lebt, so wie ich, in Anführungszeichen, und dann so ein Thema hört, wie demütig ich dann werden muss. Und wie wichtig es mir ist, meine Möglichkeiten sinnvoll umzusetzen. Deswegen, ihr unterstützt damit den Bundesverband Trans. In der Box ist ein Flyer mit einem QR-Code mit drin. Da stehen alle Informationen drauf. Ich verlinke den Verband aber auch nochmal unten in der Infobox für euch. Aber, dass ihr so ein bisschen die Geschichte dahinter kennt, warum mir das persönlich so wichtig ist. Ich habe auch, und jetzt kommen wir zum Make-up. Ich habe auch, als wir die Kampagne gedreht haben, vielleicht habt ihr sie schon gesehen, und habe ich jemanden kennengelernt. Und die Person, ich weiß nicht, inwieweit sich die Person identifiziert, deswegen sage ich einfach die Person. Ich habe gemerkt, wie dankbar die Person irgendwie war, dass ich mit Schminke im Internet das mein Job nennen kann. Aber ich habe auch gemerkt, dass bei einer Generation, die sich für mich als Teil der Community vor Jahren eingesetzt hat, dass ich das machen kann, ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, dass wir sie vergessen. Sie sind diejenigen, die damals auf die Straße bei Stonewall für uns gegangen sind. Und ich möchte allen LGBTQ-Personen, die in ihrer Jugend, in ihrem Leben dafür gekämpft haben, dass wir das heute machen können, so wie wir sind, meinen Dank aussprechen. Und meine Aufgabe ist es, und nicht nur im Brightmax, sondern das ganze Jahr, ich mache sehr, sehr vieles hinter der Kamera, was ich nicht mitnehme, weil das einfach für mich persönlich wichtig ist, diese Dankbarkeit zu zeigen. Deswegen, ich möchte, dass sich etwas verändert. Und mein Teil ist es auch, indem ich mich hier jeden Tag hinsetze, mich schminke und mich öffentlich zeige, dass wir gemeinsam etwas verändern können. Und das könnt ihr gemeinsam, ihr seid ein wichtiger Teil von dieser Veränderung. Deswegen danke ich euch, dass ihr Teil davon seid. Jetzt kommen wir zum Produkt. Ihr habt es gesehen, ich habe schon das erste Produkt aus der Box benutzt. Und das ist der Angel Aura Primer von Nabla. Das ist, ich habe es euch mittlerweile schon so oft gezeigt, der schönste Primer, den ich jemals gesehen habe. Und er hat für mich tatsächlich einfach alles verändert. Ihr seht sofort, wie schön weich gezeichnet meine Haut ist, wie frisch sie aussieht und wie perfektioniert die Haut wird. Und ich habe ihn jetzt mittlerweile seit drei, vier Wochen und ich habe wirklich das Gefühl, dass sich meine Haut verändert hat. Der Primer kostet alleine schon 30 Euro, ist mit in der Box. Hier sind übrigens auch nur Full-Size-Größen drin. Eine Foundation habe ich nicht in die Box mit reingetan. Deswegen werde ich die jetzt einmal ganz flink machen. Und ihr werdet gleich sehen, wie schön jede Foundation sich über diesen Primer legt und mit der Haut verbindet. Viele von euch haben sich überlegt, ihn zu kaufen. Jetzt, Freunde, habe ich euch die Entscheidung ein bisschen abgenommen. Ihr werdet ihn lieben. Ich habe noch niemanden gehört, der den Primer nicht mag, weil er einfach die Haut wirklich verändert. Ich habe ein komplettes Video zu diesem Primer gemacht und habe mich dann entschieden, okay, dieser Primer, egal was, purisch, wir müssen diesen Primer in diese Box bringen. Ihr müsst ihn alle haben. Ich weiß, dass einige das immer nicht verstehen, wenn ich sage, okay, ich mache zum Beispiel keinen Affiliate oder ich spende meinen Teil, den ich für diese Kooperation bekommen hätte, gebe ich ab und sage, spendet den lieber an den WVT. Okay, mir persönlich ist es halt wichtig, dass ich sehr transparent mit euch umgehe und sage, okay, ich hätte hierfür Geld bekommen. Ich möchte das aber nicht. Ich weiß, damit kann jemand etwas Besseres anfangen. Ihr schaut euch das Video an. Ich verdiene mit dem Video das Geld. Das ist für mich völlig in Ordnung und es gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl natürlich. Und so habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit Make-up noch ein bisschen was zu sparen. In der Box sind auch meine Microfiber Multitools mit drin. Die kann man immer gebrauchen für jeden, der diese Box hat, zwei Stück in dieser Box. Ihr könnt damit euer Make-up machen, ihr könnt euch damit abschminken, ihr könnt damit euer Bart putzen, ihr könnt damit eure Pinsel zwischendurch reinigen. Ihr wisst es, ich liebe sie und ich bin so, so stolz, dass ich die Produkte für euch nochmal in diese Box geben konnte und man kann davon nicht genug haben. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ihr seht sofort diesen wunderschönen Glow auf meiner Haut. Die Foundation verhält sich wahnsinnig schön. Sie sieht sehr, sehr frisch aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Produkt, was für mich tatsächlich vieles verändert hat. Ihr wisst es, ich habe sie neulich erst euch gezeigt, aber seitdem liegen sie hier an meinem Tisch. Und ich habe auch schon viele selber nachbestellt. Die Blushes by Mitchell. Das sind Liquid Blushes, Liquid Highlighter. So ein bisschen was dazwischen. Ich habe jetzt hier beispielsweise Pink Links und Champagne Spray. Ansonsten habe ich hier auch noch Candy Trip. Ich zeige euch die Farbe auch nochmal, dass ihr seht, welche von den Farben bei euch ankommen wird. Die ist zum Beispiel ein bisschen pinker. Aber ich habe, und das ist mir ganz wichtig, weil das ist immer so ein bisschen das Problem bei Mystery Boxen. Ich möchte nicht, dass Produkte in einer Mystery Box drin sind, mit denen man nichts anfangen kann, wie einen grünen Lippenstift oder einen grünen Blush oder so. Wenn man wirklich Produkte, mit denen man was machen kann. Deswegen habe ich mich für diese Farbe hier entschieden. Oder diese. Ich habe vorher, ich habe jetzt nicht alle hier. Das sind wunderschöne Farben. Ihr könnt sie auf die Augen als Liquid Eyeshadow geben. Ihr könnt sie aber auch als Blush benutzen. Und das mache ich tatsächlich am allerliebsten. Ich gehe einfach mit dem Pinsel hier rein und arbeite mir das Ganze ganz leicht ein. Und ihr seht sofort, wie sich meine Haut hier an der Stelle verändert. Die Reflektion kommt raus, aber sehr, 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 sehr zart. Und schmilzt sehr, sehr gut mit der Foundation zusammen. Ich nehme nochmal für die andere Seite ein bisschen was. Wie gesagt, das ist ein, ich sage dazu ganz offen. Ich finde, das ist ein gutes Tube zu den Charlotte Tilbury. Zu diesen Dingern hier. Halt nur mit wesentlich mehr Produkt. Halt einfach nur wesentlich schöner und tragbarer. Schaut euch das bitte an. Wie, wie nass sieht meine Haut bitte aus? Und das mit Produkten, die ihr einfach in der Mystery-Box drin habt. Und das sind auch Produkte, die man eh schon immer mal so ein bisschen ausprobieren wollte, aber sich dann gedacht hat, ach nee, ich lasse es vielleicht doch. Was ebenfalls in der Box von mir mit drin ist, ist dieser Flyer. Dort findet ihr einen QR-Code, der euch direkt zu einem Tutorial mit den Produkten auf meinem YouTube-Kanal führt. Dort habe ich wirklich einen ganz anderen Look geschminkt. Vielleicht könnt ihr es hier erkennen. Der ist sehr, sehr artistisch. Einfach mit vielen, vielen Produkten probiert, das Ganze so extravagant wie möglich zu machen. In diesem Video wird das Ganze ein bisschen reduzierter. Ihr seht es. Wie wunderschön sieht dieser Blush bitte aus. Wow. Den auf dem Dekolleté. I love it. Oder hier die Farbe Champagne Spray. Ich nehme noch ein bisschen was und gebe mir das hier hin. Schaut euch bitte diese Bewegung in meinem Gesicht an. Selbstverständlich darf auch ein Puder nicht fehlen. Und wir sind alle recht traurig, dass Becca nicht mehr da ist. Deswegen habe ich euch von Love das Set & Refresh Puder mit reingepackt. In der Full-Size Größe. Das ist der Wahnsinn. Falls ihr das noch nie ausprobiert habt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand von euch noch nicht ausprobiert hat. Ihr habt hier eine Quaste mit drin. Und da drin ist ein Puder. Und das ist nass. Das ist auf Wasserbasis. Ein Puder auf Wasserbasis. Ich arbeite mir das erst in meine Hand und dann unter meine Augen. Das mattiert sofort. Aber es gibt der Haut nochmal Feuchtigkeit. Und wenn ihr eine trockene Haut habt beispielsweise und trotzdem eure Haut nicht austrocknen wollt und ein bisschen fixieren wollt, mit diesem Puder könnt ihr das machen, ohne dass das Make-up kaputt geht. Und es ist im Sommer der Wahnsinn. Wir machen weiter mit dem Highlight-Produkt schlechthin. Als ich erfahren habe, dass ich dieses Produkt in die Box mit reinmachen darf, bin ich ausgerastet. Und zwar haben wir die nagelneue Dona Beauty Nude Prism Palette. In Full-Size natürlich mit drin. Mit wie wunderschön sind bitte diese Farben. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe hier in die Farbe Classic. Das ist ein wunderschöner Braunton. Und Achtung, boom, there she is. Das ist die perfekte Palette für den Alltag. Ihr könnt damit aber auch sehr, sehr extravagant werden. Ihr habt hier auch Töne für den Alltag, die ihr sogar als Brightening-Puder unter den Augen benutzen könnt. Ihr habt Blushes. Gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen dunkler seid, habt ihr hier wirklich wundervolle Töne, um zu konturieren und um zu bluschen. Also so eine multifunktionale Palette. Mir war es wichtig, euch Produkte mit in die Box zu packen, die ihr immer benutzen könnt. Die immer funktionieren. Und deswegen habe ich auch viele Neuheiten mit reingepackt, damit viele von euch die vielleicht noch gar nicht haben. Unter anderem auch von Danessa Myricks die neuen Chroma Flakes in der Pride-Version. Ihr habt diese Chroma Flakes in so einem krassen Duo-Chrome. Die könnt ihr auf euer Auge geben und habt dann so einen richtig krassen holographischen Multi-Chrome-Effekt. Eine Sache will ich aber euch in der Palette noch zeigen, die ich halt persönlich so super cool finde. Ihr habt hier beispielsweise die Farbe Milk Tea. Diese ist zwar super pigmentiert, aber ihr könnt die als perfekte Konturfarbe benutzen. Ihr könnt einige der Farben auch als Augenbrauenfarbe benutzen, aber look at that. Weiter geht es mit dem Schwarz Deeper. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Schwarz und das stempele ich mir jetzt hier einmal direkt auf meine Augen. Aber das ist von der Textur her nicht so typisch schwarz, sondern eher so ein bisschen feucht auf den Augen. Sieht dann dadurch nicht ganz so krass aus. Und dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in die Farbe Star-Crossed. Das ist so ein krasses Gold. Dann gehe ich in die Farbe Laura und setze mir die hier in den Fokus-Bereich und habe einen super schönen Schimmer-Look. Und wir haben selbstverständlich in der Box auch noch etwas für die Lippen. Ich habe euch auch noch so einen Super-Liner mit reingepackt. Das ist jetzt hier beispielsweise die Farbe Doodle-Doo in UV. Habt ihr bei Instagram wahrscheinlich gestern gesehen, look nur mit Orange. Aber ich habe euch eine coole Farbe mit reingepackt, die wirklich nochmal so einen Fokus-Effekt gibt. Ein Video mit dem Produkt findet ihr in der Box zum Anschauen. Für die Lippen habe ich euch noch von meiner liebsten Marke aus der Drogerie Catrice noch was mit reingepackt. Und zwar den Generation Plump & Shine Lip Gloss. Der hat eine super, super schöne Farbe mit drin. Das ist so ein bisschen Baby-Pink. Und ihr könntet auch hier ein Blush mit reinpacken. Dann wird das Ganze noch ein bisschen pinker. Und eine Mascara darf auch nicht fehlen. Und da habe ich euch auch die beliebteste reingepackt. Und zwar die Catrice Glam & Doll Mascara in Waterproof. Und ich glaube in der Box sind wirklich super, super schöne Produkte für euch mit drin, mit denen ihr schöne Looks machen könnt, die alltagstauglich sind. Und alles Produkte, die ihr bestimmt schon mal testen wolltet, vielleicht euch aber nicht getraut habt. Oder Produkte, mit denen ihr wirklich im Backup auch was anfangen könnt, weil ich weiß, dass ihr diese aufbrauchen werdet, falls ihr sie schon habt. Ich bedanke mich für euren Support. Schaut gerne bei Pyrrish vorbei. Schaut auch gerne bei meinen Kolleginnen und Kollegen vorbei. Sie haben alle Content über die Box gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, dass ich etwas verändern kann. Und wir können das nur gemeinsam. Deswegen bin ich unendlich dankbar, unendlich stolz auf uns. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Mystery Box made by Maxim und Pyrrish. Tschüss.